Ja, das ist ein Schafes. Was tut's? Das ist ein Typ von ins Gesicht. Wie funktioniert's? Ja, ein Traumdruck. Ich muss die erste Ladung rein. Das ist wahrscheinlich mit Druckfunktion auf dem Sitz. Scheiße. Das war's für heute. Hör dich ganz ruhig. Oh, geh scheiße zu. Warte, lass die Kamera doch einfach rausholen. Okay.